Planen Sie eine Selbstständigkeit als Detektiv? Dann kann www.expertenwissen.eu Ihnen weiterhelfen. Die Arbeit als privater Ermittler ist unglaublich abwechslungsreich. Manchmal klären Sie Fälle von Eifersucht auf, ein anderes Mal liegt ein großer finanzieller Betrug vor. Immer sind die Methoden neu und immer wieder ist es spannend. Wer sich als Detektiv selbstständig macht, muss jedoch einige Dinge beachten, um grobe Fehler zu vermeiden, die den langfristigen Erfolg ausbleiben lassen. Wichtig ist, dass Sie ausdauernd sind und sich von kleinen Rückschlägen nicht von Ihrem Ziel abbringen lassen. Von Vorteil ist natürlich eine Ausbildung zum Sicherheitspersonal, sei es nun als ehemaliger Polizist oder bei Ihrem Sicherheitsdienst. Dennoch kann jeder, der möchte, ein Gewerbe als Privatdetektiv anmelden. Wichtig ist zum Beispiel, dass Sie viel Kondition, Geduld und Logik mitbringen. Nur dann werden Sie Ihre Fälle lösen können. Weitere Fähigkeiten, die Sie haben und Vorbereitungen, die Sie treffen müssen, um selbstständig als Detektiv zu arbeiten, erfahren Sie auf www.expertenwissen.eu.